Wir fahren heute wieder in heißen Reifen hier bei MK8. Das Thema heute, Let's Play Against. Freunde, wie steht ihr dazu, wenn ein Let's Player eurer Wahl, ein Spiel, das er schon mal Let's Played hat, erneut mit seiner Community zockt? Ab welchem Zeitraum oder welcher Qualitätsveränderung ist das für euch okay oder wünschenswert? Ich denke, die Geschmäcker sind sehr verschieden. Manche können nicht genug bekommen von ihrem Lieblings-Let's Player oder von ihrem Lieblingsspiel und andere, die sind total gegen Agents, weil alles schon mal da gewesen ist. Und ja, darüber werden wir heute ein bisschen diskutieren. Sowohl allgemein als auch speziell, was für Spiele ich so sehe, was ich noch machen könnte und welche überhaupt nicht und warum nicht. Ja, und ich denke mal, da kann man sich mal drüber unterhalten. Denn dieser Spagat, das allen recht zu machen, ist ja auch diesbezüglich kaum hinzukriegen. Hm, nur warum machen eigentlich so viele Let's Player? Let's Player Gants, Reloaded oder wie sie es nennen? Ich denke, das liegt größtenteils an der eigenen gestiegenen Videoqualität. Wenn man Erinnerungen hat, ach, das Spiel war so toll oder das Let's Player hat so viele Erinnerungen. Das möchte man auch mal den neuen Abonnenten zeigen aus der jeweiligen Sicht mit verbesserter Videoqualität. Ja, denn seien wir mal ehrlich, neue Abonnenten, die gucken selten, leider, leider nicht die alten Let's Plays nochmal durch, was sehr wünschenswert wäre. Würde ich euch empfehlen, wenn ihr mal wieder Bock oder Langeweile habt. Meine Let's Play-Übersicht über 200 abgeschlossene Projekte und bestimmt doch etwas, das ihr noch nicht gesehen habt. Und, ne, im Ernst, und, ähm, ja, anfangs, bei mir ging das nicht so um die Videoqualität ganz am Anfang, sondern eher um meinen Kommentationsstil. Denn ihr wisst, 2010, als ich angefangen habe, war ich noch sehr verhalten, sehr ruhig in den Let's Plays. Und das hat sich über die Monate immer weiter gesteigert, bis ich 2011, ehrlich gesagt, total überdreht war. So in Richtung Freakouts, das war ja zu der Zeit sehr beliebt. Ja, aber ich war einfach übermotiviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ab 2012 bis heute, mein Kommentationsstil, wie ihr mich kennt, so wäre ich auch, wenn ihr bei mir auf der Couch sitzen würdet und wir irgendwas zocken würden. Deswegen, so bin ich, so bin ich nicht verstellt. Das andere war auch nicht verstellt, ich war einfach unsicher, ganz am Anfang, und dann halt übermotiviert überdreht, wie man möchte. Ja, und so ist das halt. Ja, und anschließend ging es halt immer, vor allen Dingen um, naja, bessere Videoqualität. Warum ich jetzt überhaupt auf das Thema komme, ist mein geschätzter Let's Player Kollege, Volo. Ja, Volo U, Volo Wizard LP, und zwar sehe ich auch in der Abobox auf einmal Let's Play Pikmin und denke mir so, ey, das hat er doch schon vor eins, höchsten zwei Jahren schon mal Let's Played. Naja, hab recherchiert, es war schon über drei Jahre her, aber trotzdem. Wann ist es okay, ein Spiel nochmal neu zu Let's Playen? Man will ja, dass die neuen Abonnenten es alle mitbekommen und sehen. Deswegen habe ich auch meine Best-of-Rubrik, um einfach wieder aufmerksam zu machen auf alte Projekte, in der Hoffnung, dass der eine oder andere sich denkt, boah, das müsste ich mir mal reinziehen. Immer gerne. Ich stehe genauso zu meinen alten Videos. Ich habe kein einziges Let's Play Video aller Zeiten gelöscht. Ihr könnt euch auch den ganz alten Kram angucken, aber empfehle halt immer das neuere Let's Play. Warum? Nun, was jetzt die Video- und Audioqualität angeht. 2010 und 2011 habe ich das ja alles hobbymäßig gemacht und ehrlich gesagt in der Videoqualität, die heutzutage nicht mehr akzeptabel wäre. Kein HD, nicht ansatzweise, amateurhafte Programme, kein gutes Mikro und so weiter. Als ich dann Ende 2011 halt YouTube-Partner wurde, habe ich angefangen, das ein bisschen zu finanzieren, um die Videos besser zu machen. Und 2012 war halt wirklich so das Jahr des Umschwungs, was die Qualität angeht. Sehr viel herum experimentiert mit Emulatoren, mit TV-Karten, verschiedene Mikros und so weiter und so fort. 2013 war dann so langsam der Vorbote zu dem, was ich dann war. Denn ich finde, seit 2014 kann man alle Projekte bedenkenlos von mir sich reinziehen. Die sind alle in einer geilen Quali und, ja, sehr zu empfehlen. Deswegen habe ich 2014 auch sehr viele Spiele gemacht, die ich zwar vorher schon Let's Played habe, aber einfach nochmal in einer geilen Quali präsentieren wollte. Die Donkey Kong Country Saga, Sonic 1 bis 3 oder die klassischen 2D Marios, ja, zum Beispiel. Tja, und deswegen würde ich Spiele oder Let's Play seit 2014, 15 und 16, auch überhaupt nicht mehr neu versuchen, weil, ja, die sind anschaubar und da kann man nichts sagen. 2012, 2013, Geschmackssache. Kommt drauf an. Muss man differenzieren. Und deswegen rede ich einfach mal mit euch über die verschiedenen Let's Play Projekte, die wir schon hatten. Und ob ich dazu ein neues Let's Play plane oder nicht und warum nicht und warum doch. Also gehen wir mal ins Detail. Über Mario 64 haben wir uns schon unterhalten. Ja, da war die Videoqualität 2011 auch nicht mehr besonders gut, aber deswegen habe ich ja 2016, vor nicht allzu langer Zeit, ne, vor ein paar Wochen, Monaten, Ansichtssache, ein neues Let's Play gehabt zu Mario 64. Fail! Ähm, ja, in vernünftiger Quali und total repräsentativ. Man will ja, wenn man danach sucht auf der YouTube-Suche, will man auch was Vernünftiges anbieten, wenn man denn da oben gezeigt wird. Also wenn jemand nach dem Spiel sucht, soll er auch was Vernünftiges vorfinden. Das ist immer so mein Hintergedanke dahinter. Und nichts irgendwas von 2011 schrottmäßig hingespielt ist. Ja, relativ. Also wie gesagt, ich stehe auch zu meinen alten Videos, aber es gibt Grenzen. Das nächste Spiel, das zweite, was ich hier beendet habe, Banjo-Kazooie. Oh mein Gott, Banjo-Kazooie, vielleicht sogar mein Lieblingsspiel überhaupt. Ich mag diese 3D-Sammeljumpen-Runs und, ja, mit Yooka-Laylee kommt da was Neues ins Haus. Endlich von den selben Machern. Ja, deswegen schmelze ich da ja schon längst, ihr wisst das. Aber Banjo-Kazooie 2010 Let's Played und dann nochmal 2012. Aber auch diese TV-Karten-Quali lässt sich nochmal viel verbessern. Deswegen, ich denke mal, es hängt doch davon ab, wie sehr ich ein Spiel mag. Und da ich Banjo-Kazooie liebe, wird es dazu garantiert auch ein drittes Let's Play geben. Aber wann, ich weiß es nicht. Wann ich Bock habe, wann es passt. Und das mit der besten Quali und so gut wie möglich. Das dritte abgeschlossene Let's Play von mir war Sonic the Hedgehog. Und deswegen machen wir Sonic 1, 2 und 3 jetzt mal alle auf einen Schlag. Die habe ich nämlich 2010 bzw. 2011 Let's Played mit schlechter Video-Qualität. Habe sie aber alle 2014 nochmal gezockt. Und diese Let's Play ist absolut sehenswert. Kann man so stehen lassen. Das vierte Let's Play, was ich beendet habe, ist The Legend of Zelda Link to the Past. Oh mein Gott. Mein erstes Blind-Let's Play und ich hätte mir ein besseres Game für mein erstes Blind-Let's Play aussuchen sollen. Ja, der Grund, warum ich da echt schlecht war, war... Man hat einfach mehr Spaß an Link to the Past, wenn man einfach schon weiß, wo die Secrets sind, wo man hinlaufen muss und für ein Blind-Let's Play war das ja jetzt nicht wirklich geeignet. Und aus demselben Grund habe ich halt nicht vor, dieses Spiel in absehbarer Zeit nochmal zu probieren. Sag niemals nie, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Dann kommen wir zu Pikmin. Machen wir auch Pikmin 1 und 2 zusammen, denn Pikmin 1 und 2 habe ich beide 2010 Let's Played. Boah, und wie war das? 2013 erschien Pikmin 3. Und zuvor habe ich Pikmin 2 ein zweites Mal Let's Played. Das Let's Played ist völlig klar. Oh, Lack gehabt mit dem Stern hier. Habe aber Pikmin 1 erst vergessen. Dann kommt Pikmin 3 raus. Ich zocke Pikmin 3. Und ja, ich habe Ende 2014 dann doch nochmal ein neues Let's Played zu Pikmin 1 gemacht, das wirklich sehr gut ist. Habe dem letzten Mal reingeklickt. Meine Güte, ist der Typ professionell. Das hat mir nochmal gezeigt, dass... Oh Spaß jetzt, Eigenlob stinkt, ne? Ähm, hat mir einfach nochmal gezeigt, dass ich 2014 gar nicht mehr so schlecht drauf war. Ja, vom Bock her würde ich schon Pikmin 2 nochmal Let's Played, aber es wäre schon das dritte Mal und ich weiß nicht genau. Ja, wie seht ihr das? Oder wollt ihr noch ein neues Let's Play zu Pikmin 3? Das ist halt wie gesagt schon immerhin drei Jahre her, aber ich weiß ja nicht so recht. Also das habe ich jetzt nicht geplant, aber eure Meinung würde mich da interessieren. Oh man. So, äh, als nächstes habe ich abgeschlossen Donkey Kong Country 1 und auch das trifft das absolut dasselbe zu wie auf Donkey Kong Country 2 und 3. Also was diese drei Spiele angeht. Die habe ich auch 2010 Let's Played und 2014 neu gemacht. Und zwar richtig repräsentativ. Schöne Quali und alles toll. Ne, wisst ihr, die neuen Let's Plays davon könnt ihr euch definitiv reinziehen. Danach, das abgeschlossene Let's Play Nummer 8, Metroid Other M. Das damals neu erschienene Metroid für die Wii. Komm, lass mich noch Zweiter werden. Läuft bei mir! Das neue Abenteuer für die Nintendo Wii und da muss ich sagen, das Spiel hat mich damals schon ein bisschen, ich hab's ein bisschen durchbekommen. Und die Leute haben mich direkt danach auch, ähm, ja, haben viele gesagt, mach doch die After Story. Ich dachte mir so, nee, ich bin froh, wenn ich's durch hab. Und deswegen tendiere ich dazu, kein Let's Play Again zu Metroid Other M zu machen, weil ich irgendwie keinen Bock hab auf dieses Spiel. So ist es halt. Also ihr könnt's bei mir in schlechter Quali angucken, wenn ihr unbedingt wollt. Ich will's ehrlich gesagt aber nicht mehr spielen. Mario Galaxy 2 hab ich 2010 Let's Played. Oh mein Gott, das ist auch ein großer Unterschied. 139 Parts und das Let's Play ja gerne, ich glaub nur 48. Weil's nicht mehr Blind war und kein 10-Minuten-Limit, aber trotzdem. Schon ein großer Unterschied. Deswegen hab ich, ich glaub 2013 Mario Galaxy 1 und 2 gebracht. Ja, da bin ich halt. 2013 ist für mich echt so an der Grenze. Weil die Qualität, naja, lassen wir's mal noch gelten. Bis denn ein gewisser Professionalitätsgrad muss halt da sein mit Soundnails und allem, was dazugehört. Jetzt kommen wir zu einem Sonderfall. Sonic 4 Episode 1. 2010 Let's Played. Auf der Wii. Dann 2012, war das 2012? Kann sein. Auf der Xbox 360. Gerade als ich mit dem Mikrofon rum experimentiert hab. Und ich mag das zweite Sonic 4 1 Let's Play überhaupt nicht. Weil, ja, das ist Kack, Mikro und überhaupt. Ich würd's heutzutage so viel besser hinkriegen mit der Steam-Version in geiler HD-Optik. Und natürlich mit dem gewohnten Mikro. Wie du das hier gerade hörst. Ist knifflig. Deswegen würd ich gerne wahrscheinlich noch dieses Jahr ein Let's Play zu Sonic 4 machen. Was aber Episode 1 und 2 beinhaltet. Hab ich schon öfter mal gesagt. Ja, irgendwo ist grenzwertig, weil ich dann Sonic 4 1 zum dritten Mal spielen würde. Und die Level trotzdem noch nicht kenne. Ich wollt gar nicht speeden, ne? Verdammter Pilz. Naja. Aber das muss man sehen. Würde ich gerne machen. Und ich denke, ich mach's einfach. Damit das Spiel einfach mal in guter Qualität da ist. Wisst ihr? Darum geht's. Als nächstes Resident Evil Zero auf der Liste. Das war ein... Oh, ich hab bei den Pilz lieber auf. Äh, ein sehr gutes Beispiel. 2010 schlechte Quali vom Gamecube Let's Played. Und 2016 kam das Spiel nochmal aufpoliert auf der Playstation 4 heraus. Und deswegen hab ich's... Ja, geiler Panzer, Mann. Deswegen hab ich's 2016 nochmal Let's Played mit euch. Ist ja gar nicht so lange her. Jo. So. Empfiehlt sich dasselbe auch bei Resident Evil 1. Hab ich 2011 Let's Played. Und 2015 kam das Remastered für die PS4. Und deswegen gilt auch dasselbe für Resident Evil 2. Da entsprach die Gamecube-Version ja der PS1-Version. Und die müssen's komplett remasteren für die PS4. Sind fleißig dabei. Und das werde ich dann voraussichtlich 2017 zocken. Und damit gibt's den Let's Play Again. Und mit Resident Evil 3 warte ich einfach, bis die PS4-Version erscheint. Da war ich noch gar nicht aktiv. Aber der Liste nach. Super Mario Brothers 2 wäre zu nennen. Das hab ich... Hab ich die NES-Version gezockt. Und dann gab's den Let's Play Again zur Super Nintendo-Version in 16-Bit. So. Oh mein Gott. Ich will jetzt Erster werden. Dieser verdammte Wario. Viel zu viele Punkte und ich hab kein Verteidigungs-Item. Komm. Ab durch die Ziellinie. Hellblauer Yoshi. Jawohl. Der kommt zu spät, Mann. Haha. Was Zweiter? Was Zweiter? Was Zweiter? Da war doch eindeutig niemand weit und breit? Hä? Ist das euer Ernst? Da war niemand. Der Donkey Kong auch noch? Ey, das muss ich mir nochmal angucken auf der Karte. Das kann doch gar nicht sein. Da war niemand. Also spult gerne nochmal zurück. Das ist doch ärgerlich. Da verteidige ich meinen Platz mit so viel Leidenschaft. Und dann geht das nicht? Ne, da solltet ihr nochmal echt zurückgehen und gucken und was da passiert ist. Ich bin doch... Ich hab sogar gesehen, dass ich auf der Karte die Krone aufhatte und als Erster durchs Ziel gegangen bin. Am Ende bin ich Zweiter, weil der Betrug... Oh Mann. Man gönnt mir auch aber gar keinen ersten Platz, ne? Ihr Schweine. Da kann's jetzt nur noch bergab gehen. Oh Mann. Voll in Rage geredet. Okay, back to Tropic. Als nächstes Outworld Apes Odyssey. Geiles Spiel, ne? Das ist auch so eine Sache. PS1 Version. Und da habe ich die PlayStation 4 Variante. 2014 nochmal Let's Played. Als die neue rauskam. Outworld New and Tasty. Irgendwo ist es ein neues Spiel. Und irgendwo nicht. Das ist halt auch Ansichtssache, ne? Aber ich denke nicht, dass ich nochmal Apes Odyssey spiele, weil New and Tasty grafisch so aufpoliert ist. Aber inhaltlich, naja, nicht so viele große Unterschiede da sind. Und bei Outworld Apes Exodus ist die Sache ähnlich. Habe ich 2011 Let's Played. Und da soll 2017 das Remake rauskommen. Outworld Soulstorm. Da freue ich mich drauf. Ja, ich mag Apes Exodus sehr und hätte Bock, die PS1 Version nochmal zu machen. Aber ich glaube, ich warte da ganz artig auf die PS4 Version. Irgendwas dagegen einzuwenden, ab in die Kommis. Ich bin wirklich, ich... Eure Meinung interessiert mich schon, weil ihr seid ja ein wesentlicher Bestandteil dieses Kanals. Sonic Colors. 2010 Let's Played, als es rauskam. Und 2014. Wunderschön in neuer Qualität. Ja, perfekt nochmal gebracht. Und so kann man Sonic Colors dann stehen lassen. Disney Mickey Epic. Abgebrochenes Let's Play. Ich mag das Spiel überhaupt nicht und werde es deswegen auch niemals wieder anrühren. Da gibt es ja auch Nachfolger. Ich weiß nicht, ob die Handheld-Version ist in so 2D-Champments meines Wissens. Ob die was taugen, aber nein. Lass mich in Ruhe mit Disney Mickey Epic. Donkey Kong Country Returns. 2010 rausgekommen. Let's Played. Und ich glaube 2013 neu gemacht. Immer noch anschaubar und deswegen alles cool. Ein drittes Mal ist da nicht geplant. Super Paper Mario hingegen. 2010. Ja, ich hatte auch ein paar Defizite, was, sag ich mal, das Erfahrungspunktesystem betrifft. Nicht immer alles geschnallt. Ich bin schon längst der Meinung, das kann man viel besser wieder neu machen. Ich wüsste nicht wann genau. Wir spielen demnächst erstmal Paper Mario Color Splash. Und haben die Mario und Luigi Spiele. Aber ja, Super Paper Mario wird irgendwann nochmal neu kommen. Da keine Angst. Freue ich mich drauf. So. Ernsthaft. Harvest Moon. So ein beliebtes Projekt und eigentlich schon so ewig her. Zu Harvest Moon wird es kein neues Let's Play geben. Aus dem Grunde, wenn ich wieder Harvest Moon Let's playe, dann ein anderes Spiel. Weil, sind wir mal ehrlich, die Super Nintendo Version. Ich liebe sie. Aber, ist halt immer wirklich dasselbe auch. Dasselbe Ort und so. Deswegen würde ich lieber ein neueres Harvest Moon zocken. Ich habe ja immer drauf gewartet. Da kommt ein Harvest Moon. Das ist dann nicht auf Deutsch. Denke ich mir. Okay, dann nicht. Dann kommt das andere, das ist ein Minecraft-Style. Mit diesen Blöcken hatte ich im letzten Test. Ja. Wenn nochmal wieder ein richtig schönes Harvest Moon kommt, bin ich mit am Start. Sag ich euch. Aber, tja. Mal gucken. Ja, ansonsten Apes Exodus habe ich schon mit euch besprochen. SMB 3. Also anders als bei Super Mario Bros. 2, habe ich in Teil 3 auch beim ersten Let's Play die 16-Bit-Variante gezockt. Banjo-Tooie ebenso wie Banjo-Kazooie. Ganz früh N64 und dann später, 2014 müsste es gewesen sein, in wunderbarer Xbox 360 HD-Optik. Also das kann man so stehen lassen. Tja, da würde ich auch nicht Nein sagen zu einem dritten Let's Play. Ich mag Banjo einfach, aber Tui nicht so sehr wie Kazooie. Auch wenn es natürlich definitiv ein Meisterwerk ist. Mario World, schon zweimal gezockt, 2014, wunderbar. So, New Super Mario Bros. Wii. Oder reden wir generell über die News Super Mario Bros. Serie. Erst habe ich den Wii-Teil gezockt. Und der bekam 2015 auch ein Let's Play Again. Sehr schön. Ansehenswert. Der DS-Teil habe ich 2012 auf meinem Kanal gehabt. Und dem würde ich gerne demnächst, wenn ihr Bock hättet, nochmal zocken. Jemand Lust? Ja, ich habe gesehen, ein Kollege hat das jetzt zur Dauer auf dem Schirm und macht es. Aber wenn euch das nicht irgendwie hindert, würde ich das gerne machen. Die Bildschirmaufteilung geht da wunderbar, dass man auch in unserem Bildschirm sieht, ohne irgendwas zu strecken. Deswegen alles geil-O-Mat. New Super Mario Bros. DS gerne noch ein Let's Play in diesem Jahr. Tja, New Super Mario Bros. 2 für den 3DS. Schwierig zu sagen. Irgendwann vielleicht. Bislang gibt es immer noch ein Let's Play davon. Und New Super Mario Bros. U, ich denke mal, man kann es so stehen lassen. Genauso wie New Super Luigi U. Sollte ich davor erst kein Again planen. Ist einfach noch nicht klug Zeit vergangen, finde ich. Super Smash Bros. Brawl. Zweimal Let's Played. Dann haben wir Pilotwings. Oh mein Gott, das ist wirklich auch eine andere Angelegenheit. Ja, früher die 2010-11er Let's Plays. Man kann da differenzieren zwischen der Grabber-Qualität von der Konsole aus. Die war eher schlecht. Oder die Emulator-Qualität. Die ging ganz klar. Okay, Pilotwings war jetzt nicht vom Emulator. Ich meine jetzt Spiele wie, ich sage mal, Kuro, Kuro, Kuro Rhin. Die sahen eigentlich schon ganz gut aus. Oder Yoshi's Island. Ja. Pilotwings war von der Wii Virtual Console aus. Aber ich finde, die Qualität ging in Ordnung. Und ich habe das ganz gut gemacht. Obwohl das Let's Play zu Pilotwings recht alt ist, finde ich es absolut in Ordnung. Und plane deswegen kein Let's Play Again. Donkey Kong 64 habe ich ein Let's Play Again gemacht letztes Jahr. Dann haben wir Star Fox Adventures. Läuft ja zur Zeit das Again. Und ist das größte Problemkind aller Zeiten. Aber das ist ein anderes Thema. Dann haben wir Luigi's Mansion. 2011 Let's Played. Und 2014 kam das Again. Mit wunderbarer Qualität. Einfach perfekt, möchte ich meinen. Besser kriege ich es wohl. Kaum hin. So, Kuro, Kuro, Kuro Rhin. Ja, die Qualität... Das war auch noch nicht irgendwo leid. Das war Game Boy Player. Bei Kuro, Kuro, Kuro Rhin habe ich den Game Boy Player benutzt vom GameCube. Krass. Ja, es ist halt ein unbeliebtes Spiel. Wir haben es... Ich habe es gezeigt von vorne bis hinten. Und deswegen habe ich da auch kein Let's Play Again geplant, wisst ihr? Ich will es euch halt nur mal erklären, was ich so für Gedankengänge habe. Das nächste Let's Play abgeschlossen damals ist Conker Live & Reloaded. Und das war das Xbox-Remake von Conker's Bedforday. Und, ähm, ja. Habe ich... Oh mein Gott, war das schlecht! Diese Abkürzung zu nehmen ist vollkommen misslungen. Nun. Habe ich zwar gebracht die Xbox-Version, will es aber nicht nur mal zocken. Denn ich habe die N64-Version gezockt. Die ist zwar mit anderer Optik vom Spiel aus. Aber wir haben es jetzt zweimal gebracht. Und öfter muss man Conker echt nicht zocken. Deshalb, wenn man die Witze und den Humor schon kennt, irgendwie halt auch irgendwann nicht mehr lustig. Aber wer es noch nicht gesehen hat, gerne zu empfehlen. Let's Play Conker's Bedforday von meiner Wenigkeit. Oh Mann, eh! So, weiter. Ich muss halt immer mal überlegen. Oddworld Munch's Odyssey ist gerade ein Sonderfall. Und zwar 2011 Let's Played. Und ich weiß nicht, ob da überhaupt ein Remake käme nach Soulstorm. Ich denke eher nicht. Ähm, stattdessen wurde es ja dem letzten nochmal aufpoliert. Also immer mal HD-Remakes. Aber auch die Steam-Version dem letzten nochmal irgendwie aufgewertet. Also könnte ich mir vorstellen, nach Oddworld Soulstorm nochmal in Munch's Odyssey zu zocken. Wie sehen die anderen Oddworld-Fans das? F0GX ist auch so eine Angelegenheit. Und zwar könnte ich Captain Falcon nochmal über die Rennstrecke jagen. Aber, ja, der Augenblick muss auch günstig sein. Ich sag mal, Fast Racing Neo kam bei euch fast gar nicht an. Minecraft ist eh ganz speziell. Ist immer eine eigene Sache. Und wenn ich irgendwann wieder Bock auf Minecraft hab, dann mach ich das. Aber dann lieber alleine, weil... Dann kann ich unbeschadet aufnehmen, wann ich Bock und Zeit dazu habe. Ihr versteht das. Kaizo Mario World könnt ihr mich komplett in die Tonne kloppen. Das rühre ich nicht mehr an. Also Kaizo Mario 2. Ich bin immer noch geschädigt von Teil 1. Und das mache ich nicht mehr mit. Nee, ernsthaft. Was da verlangt wird, Teil 2 ist ja noch schwieriger. Weder eine GAN noch Nachfolger. Das war mein einmaliger Ausflug ins Kaizo-Genre. Dann kommen wir zu Sonic Adventure DX und Sonic Adventure 2 Battle für den Gamecube. Beide habe ich 2011 Let's Played. Und das waren quasi die verbesserten Versionen der Dreamcast-Originale. Und dann gab es später auf unter anderem Xbox 360 und PC auch nochmal noch verbessertere Versionen. Und die hießen dann wieder Sonic Adventure und Sonic Adventure 2. Und die Xbox 360 Version habe ich dann auch Let's Played 2014, glaube ich. Auch total sehenswert zu Sonic Adventure 1 und 2. Wunderbare Spiele habe ich Let's Played. Könnt ihr euch anschauen. Solltet ihr auch. Tja, Yoshi's Island. Das müsste eigentlich mal, eigentlich so langsam wieder. Denn ich habe ja Yoshi's Island Let's Play, Yoshi's Island DS, Yoshi's New Island, Yoshi's Woolly World. Und dieses Jahr gibt es keins, offensichtlich. Aber ich denke mal nächstes Jahr hat es verdient. Ich finde die Video-Qualität von dem ersten Yoshi's Island Let's Play gar nicht mal so schlecht. Ich könnte statt der GBA-Version die Super Nintendo-Version nehmen. Wie seht ihr das? Bock auf Yoshi's Island 1, ne? Legendäres Spiel. Auf jeden Fall. Wird es auch wieder geben, weil das macht einfach Laune. Irgendwann wiedergeben. Metroid Zero Mission. Ich gehe jetzt die Liste in meinen Gedanken halt immer durch. Ähm, Metroid Zero Mission. Ja. Die Qualität ist eigentlich okay. Interesse ist gering. Mein Bock wäre da. Aber wegen den anderen Faktoren. Ist derzeit kein Again geplant. So ist das. Wario Land 4 ähnlich, aber trotz der akzeptablen Video-Qualität wegen GBA-Emulator, würde ich sagen, irgendwann doch ein Again, weil es halt auch ein geniales Spiel ist. Sonic Generations kam als nächstes. Das habe ich nochmal neu gemacht. Ende letzten Jahres. War sehr schön. Mit ein paar Mods am Ende noch. Ich habe mein Bestes gegeben, um mein würdiges Sonic Generations Let's Play auf die Beine zu stellen. Dann kam Burger Team Deluxe und das war so eine Nummer für sich. Drei Parts. Ich werde hier runtergestoßen. Geil. Drei Parts. Und ja, es ist halt fast schon ein Witz-Let's Play, aber ich mag's. Wisst ihr? Ich mach's gerne. Aber nicht nochmal, weil ich finde, das alte Let's Play reicht für so ein bescheidenes Spiel aus. Pokémon ist wieder eine andere Geschichte. Da mache ich zwar Allgänze, aber wenn es sein muss, dann halt doch eine andere Edition. Sprich, wir hatten Pokémon Feuerrot, das Free Gather. Und dann kam 2013 Pokémon Blattgrün, wo ich es mal anständig in Anführungsstrichen zocke. Pokémon Gelb ebenfalls 2011 und das habe ich ja vor ein paar Monaten mit Pokémon Blau neu gemacht. Obwohl es so gesehen nicht ganz dasselbe Spiel ist, aber kann man so sagen, oder? Mario vs. Smooth Moves gab's nicht gern. Der König der Löwen. Hauen wir das mal mit allen Disney-Spielen raus. Donald Duck, Maui, Malad, Aladin. Die Schlümpfe ist jetzt nicht Disney, aber das würde ich auch dazu zählen. Das waren so Sega Mega Drive Jump'n'Runs. Die habe ich alle schon Let's Played und ich glaube nicht, dass ich die nochmal Let's Playa. Die Quali geht okay, geht besser, aber die Schlümpfe, Donald Duck, Maui, Malad, König der Löwen, Aladin, alles so Games, die so wie sie sind okay wären, versteht ihr? Müsste ich eins davon aganen, dann hätte ich am meisten Bock auf Donald Duck, Maui, Malad. Sonic CD haben wir ja auch ein zweites Let's Played 2016 gebracht. Was haben wir noch? Wario Land 1? Schwierig, aber ich denke, das geht so in Ordnung. Diddy Kong Racing war schon damals stolz auf die Qualität. Und ansonsten kommen wir jetzt langsam in die Ära, wo ich die Videoqualität eigentlich in Ordnung finde und deswegen gar nicht so hundertprozentig als notwendig erachte, dass die neu gemacht werden müssen. Sprich, wariolente Shake Dimension. Resident Evil 4, wobei ich bei Resident Evil 4 wirklich denke, das war damals die Gamecube-Version. Es wurde auf tausend Systemen neu aufgelegt und zuletzt auch auf PlayStation 4. Oder das kommt noch, das kommt noch, ne? Ganz nebenbei, also PlayStation 4 hat ja wirklich alles. Resident Evil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wenn, dann das. Und darauf hätte ich schon Bock. Mal sehen. Mal sehen, Freunde. UEFA Euro 2012, eh nicht. Mario Sunshine, ja. Ich sagte, jetzt sind wir schon im Bereich, wo die Qualität eigentlich in Ordnung geht. Donkey Kong für den Gameboy ist in Ordnung. Resident Evil 5 reicht aus. Ich finde das Spiel eh nicht so überragend. Mario Kart Wii geht nicht mehr online im Modus. Holy Magic Century reicht auch die Qualität. Also das ist schon langsam... Das sind schon... Die Let's Plays sind aktuell und neu genug, oder? Wie seht ihr das? Wobei ich sagen muss, ich hab riesen Bock auf Mario 3D Land und Mario 3D World. Wer weiß, vielleicht zocke ich das nochmal. Einfach, weil ich will. Also, wie steht ihr dazu? Ich denke mal, die neueren gelandeten Let's Plays, die gehen in Ordnung. Ich kann nur nochmal plädieren. Schaut auch gerne mal bei den vergangenen Let's Plays rein. Da sind wirklich viele Perlen dabei mit legendären Zähnen. Die solltet ihr euch nicht durch die Lappen gehen lassen. Tja, ein bisschen geschwärzt, ein bisschen Gedankengang. Für welches Let's Play gern würdet ihr noch plädieren oder wollt ihr gar keine mehr? Nur noch neuen Stuff. Ihr müsst bedenken, 2016 müssen wir irgendwie noch rumkriegen. Nächstes Jahr erscheinen ja so viele geile neue Spiele. So viel Stuff, den wir Let's Playen werden, auf die ich mich sehr freue. Ich denke daher, dass wir da aus Platzgründen leider überhaupt kein Let's Play gern oder Retro-Projekt haben werden. Deswegen mache ich die Wenden noch 2016. Klar, wir haben noch Stuff wie Pokémon oder Paper Mario vor uns. Aber komplett werden die den Upload-Plan wohl doch nicht füllen. Deswegen muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen und wollte deswegen auch eure Meinung wissen. Generell zu Agents oder eben Retro-Klassikern. Deswegen diskutiert noch mit in den Kommentaren, was ihr gerne sehen würdet oder was sinnvoll wäre. Ja. Und am Anfang 2017 gibt es dann ganz viele brandneue Abenteuer auf meinem Kanal zu erleben. Das wird eine geile Zeit. So, ganz kurz noch in eigener Sache. Ihr wisst, Sommerferien. Es kommen um die zwei Videos. Mal mehr, mal weniger. Aber eigentlich zwei Videos. Und ich will die ganzen anderen Projekte nicht so lange warten lassen. Mario und Luigi, Star Fox, Pokémon und so weiter. Deswegen muss ich leider ankündigen, dass Mario Kart jetzt erstmal für die eine oder andere Woche ausfällt. Es ist nicht beendet. Keine Angst. Ich habe in letzter Zeit ein paar Mal drüber spekuliert, aber habe auch eindeutig gesagt, es ist noch lange nicht zu Ende. Wir machen auch diese Community-Aktion. Keine Angst. Aber Mario Kart jetzt erstmal hinten anstellen, weil mir geht noch langsam die Themen aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir kommen dann mit Mario Kart 8 in ein paar Wochen mit frischer Motivation zurück. Das ist der Plan. Denn das Rennen war hier auch nicht mehr gut, nachdem ich so betrogen wurde. Danke für heute. Daumen hoch und bis dann und ciao.